Liebe Gemeinde in Langenfeld, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, heute am Palmsonntag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Leider können wir heute nicht in die Kirche gehen, können nicht mit Palmzweigen eine Prozession machen und Jesus Christus eben so verehren, so wie wir es gewohnt sind an diesem Tag. Aber wir können trotzdem eine Menge machen und Sie sehen, ich habe eine Menge gemacht. Ich habe mein Kreuz eben, was ich hier in der Wohnung habe, geschmückt. Ich zeige es Ihnen einmal ganz so, dass Sie es sehen können mit Buchsbaum. Ich habe meine Osterkerze von dem letzten Jahr versucht zu schmücken und auch Blumen aufgestellt mit Buchsbaum. Das ist unsere Möglichkeit, jetzt eben den Palmsonntag zu begehen. Selber die Zweige mit Weihwasser zu segnen oder auch so sie einfach ins Wasser zu stellen, weil wir glauben, dass der Segen Gottes weiter reicht als alle Möglichkeiten, die wir haben. Und dann können wir an diesem Tag eben im Evangelium lesen. Wir können lesen, was eben für diesen Tag geschrieben ist. Dieses Jahr ist es das 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Einen kurzen Abschnitt möchte ich Ihnen vorlesen. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Esel in und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen bereiteten ihre Kleider auf den Weg aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgen, riefen, Hosanna dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Das ist der Festgesang des heutigen Tages und den können wir auch alleine singen. Den können wir summen und vor uns her sagen. Von der Theologin Dorothee Sölle gibt es einen wunderbaren Text, den sie geschrieben hat über den Palmsonntag und über den Esel, der eben Jesus getragen hat, hinein nach Jerusalem. Und sie schreibt, lass mich dein Esel sein, Christus. Christus kommt nicht anders als durch solche Esel wie dich und mich. Vielleicht ist das so, dass wir eben die Esel sind, die heute das Wort Gottes eben in die Häuser der Menschen tragen und die vorleben, was Jesus gewollt hat. Heute, auch in der Corona-Krise, kommt es auf uns an, dass wir von der frohen Botschaft von Jesus Christus erzählen, heute am Palmsonntag und besonders in den nächsten K-Tagen bis Ostern hin. Wir haben für Sie Palmzweige vorbereitet und wir haben auch einiges anderes für Sie in den nächsten Tagen vorbereitet. Schauen Sie in die Kirchen, in Ihrer Umgebung in Langenfeld. Gehen Sie hinein, alleine natürlich und mit Vorsicht. Aber schauen Sie, was wir alles für Sie überlegt haben. Ihnen allen heute einen gesegneten Sonntag und dann eine wunderbare, von Gott gesegnete Kar- und Osterwoche. Ihr Peter Jansen, Pfarrverweser in Langenfeld. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.